diese stone steps irgendwie nicht dafür mit einer spitze hacke verstehe ich nicht es ist irgendein bug oder so keine ahnung da schaust du wieder merkwürdig naja die musik gefällt mir nicht weg damit ja dann machen wir hier so einen rahmen hin so einen rahmen der kannte ich denke jetzt gerade nach wie ich das bauen soll naja mal schauen das wird sich ja schon noch ergeben und dann in ein paar parts möchte ich auch in den nähter gehen um die ja um dann suchen wir nach einem nach einer lore nach einer festung weil ich möchte dann bald mit braun anfangen weil wir haben melone und gold und mit melone und gold können wir uns regenerations drin geboren das wird dann später noch sehr lustig und spaßig vor alledem nicht mehr so langweilig wert sagt wo wir nur zwölf parts an diesem haus hier weiter bauen naja aber es hilft nicht wir müssen ja auch ein bisschen was bauen ich darf sie ein paar hundert nur so einen scheiß haufen gebaut haben nein nicht so das kommt weg zack 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 ich weiß nicht sieht das auch so irgendwie aus kann ich kann ich da moment warum kann ich die nicht decken ich habe da gerade holz stufe eichenholz stufe verstehe ich nicht naja kann das immer erklären wahrscheinlich irgendwie versions back oder so dann nehme ich eben eine holz stufe und setze dort hin was eigentlich unterschied ist irgendwie mysteriöse sachen hier in diesem lp naja das hier muss auch noch weg das sind wahrscheinlich normale holz stufen ne das sind holz holz das sind holz eichenholz stufen und aber das da sind normale holz stufen wahrscheinlich zumindest die alten stufen aus version 1.2 da gab es ja noch keine anderen holz stufen da gab es ja nur nur holz stufen deswegen war es hier deswegen steht hier nur holz stufen dran aber mit 1.3 gab es auch die kamen die eichenholz stufen und andere holz stufen dazu das heißt wir haben jetzt einen anderen namen und sind daher auch unterschiedlich abgebaut verstehe 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 kann auch sein dass ihr jetzt gerade gar nicht so breit was ich gesagt habe aber naja ich muss es so machen dass die treppen hier mit dieser treppen diese leiter hier passen wobei die wollen wir eh nicht entfernen ich glaube das mache ich gleich weg das hier kommt weg das hier kommt weg das hier kommt sofort weg das hier kommt sofort weg okay wo baue ich das denn jetzt hin das bett baue ich auch weg kann es sein dass wir dann bald eine nachricht kriegen your bed is incorrupt oder irgendwas so nö okay dann baue ich es hier hin na probier mal vielleicht passt es hier vielleicht kann es auch sein dass es mit der treppe dann zusammenstößt also mit mit dem dach meine ich so naja gut geht eigentlich also nicht ist hier nichts naja hu ist doch wenn ihr was bauen dann ist es meine schuld so hier auch noch sicherheitshalber da noch ein bisschen licht hier sein soll mache ich das hier weg da kommt ja da wollen wir ein fenster hinbauen oder wollen wir gleich die ganze wand hier nehmen ich schau mal schnell schau wie das aussieht leck monkey fickland musik ich hasse es wieder so ne kack musik ich muss die playlist unbedingt ändern die musik ist schon besser morrowind the elder scrolls 3 naja ich glaube ich glaube es wäre besser wenn ich es so baue ja hier baue ich es jetzt auch noch schnell wenn ich schon dabei bin passt es so ah noch eins noch eins noch eins noch eins noch eins so da fehlt ein block nicht zu fassen ach scheiße hier da sieht aber irgendwie komisch aus vor allem unsymmetrisch scheiße da ist ein fehler drin da ist irgendein fehler drin habt ihr was falsch gebaut im tipp schicks nicht moment hier nja egal egal ich kümmere mich später drum zuerst wahrscheinlich werde ich später vergessen aber das macht nichts wichtig ist dass wir das haus jetzt fertig bauen ich möchte es noch vor pass 50 erledigen dann scheiße ich habe vergessen dass die treppe hier gar nicht mehr ist verdammte angewohnheit so hier weg und hier auch weg nicht dass ich dann noch mal reinfall das ist ein fieser streich könnte man so eine minecraft server machen so einloggen und dann so eine treppe entfernen und die woanders hinsetzen so ein bisschen grieven ich glaube so ist es besser anstatt so wir haben keine treppen mehr schade schade ich schau mal schnell nach wie es von außen aussieht moment hier ist eine macke drin der team muss weg dann kommt der dahe oh es ist nacht ich muss gleich wieder ratzen gehen so jetzt passt es auch wenn wir schon dabei sind zack 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 machen wir gleich überall hin damit wir die stone stairs äh stairs los äh die 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 eichen stairs wie auch immer die treppe müssen wir auch noch anders hinsetzen die passt so nicht jetzt aber schnell pennen gehen die äh die 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 ganze удар und äh die preis sehen können wir weiter i promise hinsetzen die 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 Murray ok also hop da liegen ein paar steine sie und auch sie sind ivat um das zu fassen mhm 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 geht denn nicht sieht gar nicht so schlecht aus bis auf dieses Kenzario sieht dann noch komplett scheiße aus Dann muss ich mir nochmal anschauen Wie sieht's denn von hinten aus? Hey nein Ei 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 Oh nichts, schade So, jetzt balanciere ich ein wenig auf diesem Zaun hier oben. Von der Seite sieht es, naja, eher so aus wie hinten, bis auf das hier zwei Fenster fehlen. Wie gesagt, ich werde hier noch ein paar Ranken hinbauen, damit das Ganze ein bisschen besser aussieht. Und vielleicht noch ein Balkon, oh, ein Stein liegt da noch. Und hier diesen Gravelweg will ich auch noch bald bauen, dafür brauchen wir wie gesagt Gravel. Ne, hab ich schon mal vorher gebaut. Oh, ähm, ja. Hier wieder dieses Creeperloch reparieren, äh, ich meine dieses äh, dieses mysteriöse Loch reparieren, wo ich nicht weiss, wie es kaputt gegangen ist. Und hier ebenfalls. Wir hatten ja doch ein Bild platziert, oder? Das müsste der Creeper, ähm, ich meine, ich meine, ähm, ich meine dieses äh, dieses äh, dieses äh, dieses äh, dieses mysteriöse Dings da äh, mitgenommen haben. Und wahrscheinlich in seinem Kaminfenster aufgehängt haben. Kaminfenster, ich meine, über seinen Kamin, überall aufgehängt haben. Gut, gut, ähm. Hm, jetzt schaue ich noch mal in den ersten Stock, um zu schauen, was da falsch gebaut wurde. Ne, im zweiten Stock war's, tut mir leid, für diesen Vorsprecher. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Egal. Nicht so wichtig. Da fehlt ne Treppe! Pfff, Quilber! Ne, Pfff, Quilber! Äh. Es ist so, von innen sieht's ganz gut aus. Da muss bloß, äh, hier ne Macke sein. Vielleicht hab ich da falsch gezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bis zur Treppe in. Und hier ist es. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, diese Wand, es steht falsch. Diese Wand muss weg. Diese Wand muss weg. Diese Scheißwand muss weg. Und meine Spreisspitzhacke ist kaputt. Ich mach mir am besten ne neue, ne neue Spitzhacke. Ich baue mir eine neue Spitzhacke. 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 Und zwar schneller, 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 Spitzhacke. Hier, Spitzhacke. Spitzhacke. Wo ist die Spitzhacke? Spitzhacke. Da ist die Spittenflacke. Die Spitzhacke. Die Spitzhacke. Die Spitzhacke. Ah, seufz. Naja, zum Glück kann man in Minecraft alles ändern. Das wäre eine Katastrophe, wenn nicht. Ich glaube, wenn ich diese Wand habe, werde ich auch diese Aufnahmesession beenden. Dann geht's, ähm, ja. Ich werde weiter im nächsten Part. Beziehungsweise gleich wieder weiter. So, wo muss ich dieses hier abhinden. Ich schaue nochmal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann hier sechs. So. Jetzt muss ich das Fenster wieder anpassen. Weil es falsch gebaut wurde. Aber nicht von mir. Ich mache hier alles richtig in diesem Let's Play. Hm. Ich mache hier gleich noch ein Ding hin. Ein paar Fackeln, damit nichts spawnen kann. Ich weiß, ich weiß. Phobie, ich weiß. Phobie, Phobie, Phobie. Phobie. Jetzt passt, jetzt passt. Sieht zwar komisch aus, aber es passt. Nein, nein, was baue ich denn da? Kein, ich habe mal wieder nicht nachgedacht. Ich denke zu wenig nach in diesem Let's Play. Ich baue hier mehr, als dass ich nachdenke. Und deswegen mache ich hier lauter Fehler. Ja, schon wieder. Ja, schon wieder. Seht ihr das? Ach, die Musik ist viel zu laut. Nächste Musik. Na gut. Jetzt können wir... Machen wir es gleich so. Dann müssen wir kein Glas entfernen. Monkey Fickland. Ich entferne bald alle. Ich glaube, nach dem Part werde ich alle Musik von Monkey Fickland entfernen. Die Musik ist ein bisschen anders. Falsch. Äh, Scheiße. Auch eine neue Playlist. Von Gronkh nervt mich langsam. Ich weiß, jetzt habe ich Gronkh gesagt. Okay, aber das musste jetzt sein. Das konnte ich jetzt nicht vermeiden. So, äh. Blablablablablablablablabla. Bla blablablabla. Bla eh. Hier Glas, super. Okay, ähm. Ja. Dann bauen wir den zweiten Stock. Soweit fertig. Dann müssen wir im nächsten Part nur noch ein paar Türen hinbauen. noch ein paar detailarbeiten wie zum beispiel das musikzimmer ein paar bilder werden wir dann auch aufhängen wir haben ja genug wolle wir haben ihn geschafft beruht neben unserem haus ein paar türen werden auch nicht schlecht und da fehlt noch ein bisschen was zack zack ja vielleicht bauen wir sogar noch einen kamin hin mal schauen ich schau mal schnell das sieht ganz gut aus also das land habe ich habe ich jetzt für holz gehalten wegen der farbe ja vielleicht bauen wir hier sogar noch einen balkon hin und dann werden wir ja dann wird wahrscheinlich pass 50 sein und dann heißt ab in den hinter na gut dann fresse ich jetzt auch schnell melone und mache dann aufnahmepause also leute bis zum nächsten part oder bis gleich